Ihr habt Lust auf ein richtig köstliches, saftiges Brot zu Hause? Dann empfehle ich euch dieses französische Landbrot. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Wir fangen heute mit einem Brühstück an. Das habe ich am Vorabend gemacht. Dinkelvollkornmehl und heißes Wasser vom Wasserkocher direkt zusammengefügt. Die Zutaten findet ihr unten und am Ende des Videos. Dieses Brühstück ist tatsächlich in diesem Fall sehr wichtig, denn nicht nur generell bei Broten, vor allem wenn ihr mit Dinkelmehl arbeitet, hilft es, das sonst trockene Brot feuchter zu machen und dadurch ist es länger haltbar und länger saftig. Denn das Wasser wird hier nochmal richtig schön in diesem Mehl gebunden. Das Ganze, nachdem ich es gut verrührt habe, decke ich zu und stelle es einmal an die Seite und kümmere mich jetzt um einen Vorteig. Der sorgt auch nochmal für richtig gutes Aroma. Ich habe hier Weizenmehl, gebe ein bisschen Zuckerrübensirup hinzu und schon kommt noch meine selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser hinzu. Könnt ihr super einfach aus Resten zu Hause selber machen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Die Zutaten vermenge ich jetzt hier zuerst einmal mit der Gabel, später mit der Hand. Könnt ihr einfach wirklich so machen, dass es einfach nur kurz vermengt ist. Decke es ab und lasse sowohl das Brühstück als auch diesen Vorteig über Nacht bei Zimmertemperatur stehen. Am nächsten Morgen schaut mal, der Vorteig hat sich super entwickelt. Jetzt machen wir den Rest, ist ganz schnell gemacht. Ein bisschen Weizenmehl habe ich hier und gebe dazu noch ein bisschen Salz. Und dann kommt jetzt hier auch schon das Brühstück. Das hat richtig schön durchziehen können über Nacht. Übrigens den Zucker im Vorteig, den könnt ihr zur Not auch weglassen, der ist optional. Und den Zuckerrübensirup könnt ihr auch durch Zucker oder auch Honig ersetzen. Dann habe ich jetzt hier ein bisschen Sauerteig. Das ist Dinkelsauerteig bei mir. Den führe ich mal flüssiger, mal fester. Alternativ könnt ihr auch Lievito Madre oder auch einen Weizensauerteig nehmen. Und übrigens ihr könnt natürlich die Mehle, Dinkel und Weizen immer miteinander austauschen. Jetzt kommt hier noch der Vorteig hinzu. Es kann eventuell sein, zumindest war das bei mir der Fall, dass ihr vielleicht nochmal so ein bisschen Wasser hinzufügen könnt. Das ist dieses optional 25 bis 50 Milliliter Wasser. Bei mir musste ich tatsächlich noch ein bisschen hinzufügen, wie die Konsistenz sein muss später bei euch. Das zeige ich euch gleich. Das heißt, orientiert euch da ein bisschen und guckt so ein bisschen, wie das bei euch ist, auch mit den Mehlen. Es kann ja auch sein, dass ihr das normale Weizenmehl durch Vollkornmehl austauscht. Da braucht ihr das tatsächlich in jedem Fall nochmal, weil Vollkornmehl immer nochmal mehr Flüssigkeit benötigen. So, der Teig knetet und ich bereite jetzt hier schon mal mein Gärkörbchen vor. Ihr könnt es natürlich auch rund formen und frei schieben, das heißt so in den Ofen gehen. Ich lasse es bei mir heute im Gärkörbchen aufgehen und das geht total schnell. Ich zeige es euch gleich. So, ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und dann wirke ich das rund. Für die Kamera mache ich das mit einer Hand, damit ihr es besser sehen könnt. Das ist nicht so optimal. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Er ist ein bisschen klebrig, aber das ist ja auch tatsächlich wichtig. So, jetzt forme ich mir den ein bisschen länglich, verschließe nochmal die Kanten, gebe nochmal ein bisschen Mehl drüber. Ihr könnt es natürlich auch rund formen. Ich hatte euch schon mal ein französisches Landbrot gezeigt und ihr hattet euch aber eines mit Sauerteig gewünscht. Für diejenigen, die gar keinen Sauerteig haben oder noch nicht. Ich schreibe euch das Rezept von dem ursprünglichen französischen Landbrot auch nochmal unten rein. Das gibt es vielleicht auch nochmal. Wenn ihr das wünscht, schreibt es mir in die Kommentare. So, den Teig decke ich jetzt erstmal ab. Das könnt ihr mit so einem Handtuch machen oder ich habe hier noch von einem anderen Gärkörbchen so eine Hülle. Die packe ich da einfach drüber. Und zweieinhalb Stunden später sah das Ganze bei mir so aus. Und tatsächlich hätte ich das vielleicht schon eine halbe Stunde früher in den Ofen machen können. Das tut aber keinen Abbruch. Erst einmal schön einschneiden, also aufs Backblech geben, einschneiden. Ich habe da jetzt nicht mein normales Schnittmesser genommen, sondern ich habe tatsächlich von meinem Ceranfeldschneider so ein neues Messer genommen. Ich besorge mir da auch gerade schon mal wieder ein neues Cuttermesser. Klappt sonst immer nicht. So und die Zeiten, wie ihr es backt, schreibe ich unten nochmal rein. Und das ist das Ergebnis. Das ist wirklich fluffig weich, hat eine tolle Kruste, schön gleichmäßig. Und ich bin schon mal gespannt, wie euch das Brot schmeckt. Schreibt es mir in jedem Fall unten in die Kommentare. Hier sind noch weitere Videos für euch und wir sehen uns bald wieder. Eure Emma. Hier sind noch weitere Videos für euch und wir sehen uns bald wieder. Hier sind noch weitere Videos für euch und wir sehen uns bald wieder. Hier sind noch weitere Videos für euch und wir sehen uns bald wieder.